Das ist meine Oma. Und mein Opa. Wir sind eine Woche zu Besuch hier. Ich vermisse euch, ihr Süßen. Es ist echt lustig hier. Ich wollte schon so lange mal richtig Zeit mit dir verbringen, Oma. Hier ist um halb zehn Schlafenszeit. Danach solltet ihr euer Zimmer nicht mehr verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist das? Oma? Mom, irgendwas stimmt nicht mit Oma und Opa. Sie sind einfach etwas sonderbar. Hi Opa! Opa! Ich glaube, Oma geht's nicht gut. Deiner Großmutter geht es bestens. Oma? Bist du hier unten? Würdest du bitte in den Ofen hineinklettern und ihn reinigen? Nein! Nein!